ja nun gut da sind wir wieder Satisfactory was sonst ich hatte heute früh vor der Arbeit ganz ganz früh das mal noch angetüdelt mit dem Wasser ja bis dahin läuft es aber das sind halt nur paar Minuten das müsste man halt jetzt erstmal beobachten wie sich denn das ergibt und solange wir das beobachten würde ich mal ja das war schon nicht gut würde ich dann mal die Thronen Sache in Gang bringen heißt also wir brauchen eine Thronen Station die würde ich dann hierhin brezeln haben wir Schneckchen hierhin brezeln genau aber eine Etage höher auch das müsste vielleicht nicht unbedingt schön aussehen jetzt geht da nur darum das zu testen das müsste ich dann hallo willi grüß dich schön dass du rein guckst ja äh moment die Thronen Station genau das baue ich jetzt erstmal irgendwie hin das war 3x3 kann das sein ich glaube ja das ist das das ist das also Thronen Station da Gesundheit wir hätten da alles dabei mhm wo geht es rein hier geht es rein äh äh shit passt nicht nein 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 also die Leiter wäre mittig die Gute aus ne theoretisch ich müsste ja hier rein dieser Landplatz den nenne ich den nenne ich Batterie Synth Neume ja wie war das mit den Neume ja Batterie Synth Tada so so wie es mir ist ja etwas geschafft halt ne Stress ich bin vorhin erst nach Hause gekommen hab mit Fleischchen nochmal kurz simpeliert wie wir das mit der Kamera noch am schlimmsten anstellen und sind erstmal aufgrund der wenigen Zeit dazu übergegangen das erstmal so zu lassen wie gestern so mehr gibt es noch nicht zu sagen und wie geht es dir 50 Hertz soll ich die stellen wow die 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 wie war denn das jetzt da da übernehmen ok so fertig gut ähm Batterie Synth dieser Landplatz genau ist jener alle landeplätze wähle ein Ziel aus und zwar das müsste der dann hier sein ich glaube den hatte ich nicht unbenannt auch egal auch egal jetzt ähm Strom den schmeißen wir uns erstmal provisorisch hier hin nur um zu gucken ne ob das läuft wie es gedacht ist halt ich muss noch umschalten ja so wie vielleicht am schwarz weiß regnen dann flackern keine Ahnung flackert immer noch so gucken wir nochmal flacker flacker flackern stimmt hat es aber gestern nicht Guck mal, ne schöner Dreck! Hmmmm, gestern hat es das nicht, heute macht es. warum keine Ahnung dann machen wir halt folgendes dann schalten wir sie einfach aus so haben wir auch kein Flackern gut Strom halt mich wieder umschalten ich den Schätze genau genau der wieder runter so oder lang um, 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 um Stromi da hab ich da genau 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 hier rüber hier hin und da ran so wir wollen eine eine heißt dann wir müssen hier hin hier ruf da rein aber wir brauchen noch eine Splitter Logistik Splitter und hier rein jetzt noch ein Tröhnchen was fehlt mir da mobiler Miner ok kriegen wir hin da einen hoch hoch da so du Möbel jetzt müsste ich gucken jetzt müsste ich ein 2 und gleichzeitig sein können erstens macht es gut hin wo hin sie und zweitens läuft das hier weiter ah grüße ich habe irgendwo hallo hallo schön dass du reinguckst wie geht's dir ja kamera habe ich gerade abgestalten weil flackert das noch nicht heute schon und und äh wir müssen da noch mehr reingucken Fleischi Fleischi reite lieber ein richtiger Raider Fleischi stürmt den Stream mit 1 Leuten ok so ich wollte eigentlich was gucken und zwar genau also pumpen tut schon mal das ist gut allerdings produziere ich eigentlich zu wenig von der Kieselsäure äh von dem Quarz dann theoretisch fehlen mir 50 pro Minute heißt ich müsste hatte ich ja schon mal geguckt äh äh nach wo Quarz und das war glaube ich auch weit weit weg ja mal guck vielleicht geht es auch so aber ich glaube irgendwann wird es mal rum rummeckern die Drohne müsste ich doch hier einfach links sehen ne warum kommt die nicht zurück bis nach ha 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 problem juhu lady grüß dich Wie geht's dir? So, dann guck ich mal in der Hauptbase oder eher gesagt beim Schmelzpunkt wieso, weshalb die müssten doch hin und her fliegen Ach, hier guck, die fliegt hin und her aber die nicht Ach nee, das ist die, was Ja, alles klar, jetzt funktioniert's Die fliegt da zwischen Sumpf und hier und die fliegt da zwischen Schwefel und hier den Punkt Ah, ja, ja Also das scheint zu funktionieren Etwas K.O. Aber ganz gut Also da geht's dir also wie mir Ich fühl mich auch etwas chaot Ich bin auch vorhin erst mal Hause gekommen Halb fünf stehe ich auf und halb sieben bin ich erst mal Hause gekommen Schnell was gegessen Geduscht Mit dem Fleisch telefoniert mit der Cam gebastelt Keine Zeit mehr gehabt Hat nicht funktioniert und bleib jetzt drin Merke, dass ich alt werde Man wird nicht älter, sondern reifer Man weiß mehr im Alter Aber da man ja, wenn man alt ist viel wieder vergisst, lernt man jeden Tag neu Vor allen Dingen jeden Tag neue Menschen kennen Das glaube ich Das glaube ich Zwar nicht unbedingt jetzt Viel mehr als vorher Aber Ein bisschen mehr Aber das ist halt nicht so schlimm Weil man relativ gewöhnt ist Aber hin und wieder tun die Füße dann auch schon mal weh Wenn da zig Kilometer auf Arbeit jeden Tag läuft Aber Sport soll ja Gesund sein angeblich Wenn man es überlebt Das glaube ich so jetzt knallen wir bestimmt voller wucht in den boden wieder rein oder wir machen erst mal ein autosaf zack und gleich macht's so ähm ich muss da hoch und zwar eisenrum touché touché da hoch muss ich jetzt mit rückenmorpad ja halt sinnvoll ich gucke da ist sie ja da haben wir ja schon ganz schön ist ein der ist voll hier schwefelts und dann müsste theoretisch der schwefel hier rein hier rein dann macht er mir lecker schwarze pulver gut da macht er noch was rüber und hier drüben macht er mir lecker patronen ach ne quatsch nicht patronen die da patronen muss ich ja noch bauen das wollte ich machen grüß dich wurzel und die lady reitet auch vielen dank lady lady style unterstrich 1 stürmt den stream mit 1 leuten so wo wollte ich was brauche ich denn eigentlich um das herzustellen genau da war das naja gut das ist jetzt nicht so priorisierend die kennt ich ja theoretisch hier drüben hin dazwischen zimmern nö hier rüber zu aber nicht jetzt ich müsste erstmal hinten im sümpf das noch ein bisschen schöner machen ganze sau ecken und wände was ich da noch zu machen habe und das eine oder andere weg löschen was ich nicht brauche und wenn das ja jetzt so gut funktioniert mit dieser wasser sache dann könnte ich das ja auch mal schön bauen könnte ich das mit der drohne den drohnenlandeplatz mal schön bauen brauche ich dazu noch was ich nehme mir hier noch was mit mach ich sonst noch boah eigentlich denke ich haben wir genügend so 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 eins von weg, am Donnerstag werde ich schon mal definitiv nicht streamen, da werde ich keine Zeit haben. Morgen kommt drauf an wann ich morgen nach hause komme, ich habe heute eigentlich auch gedacht dass es eher wird, aber ist nicht so, daher gut, eine Hand wäscht die andere, ich habe hier Chat war angehalten, wegen scrollen, deswegen habe ich es jetzt erst gelesen, gut. Ja, es ist eine Hand wäscht die andere und beidet das Gesicht, ne. Ohne, ohne, sehe ich die irgendwo? Ach, das ist da drüben wegen Schwefel, die andere sehe ich nicht, da, aber wo liegt sie, da liegt sie. Da unten. So und ich hatte mir eigentlich das so gedacht, dass da hinten die Batterien nach hier oben geflogen werden und von hier oben dann halt verteilt werden, je nachdem wohin. Ja, da würde ich hier so ein, so ein Dock so umbauen, dass da halt eine Drohne landen kann. Mal schauen, ob das auch so geht, wie ich mir das vorstelle. So, wenn das mit den Batterien hier hinten alles dann schön gebaut ist, wäre eigentlich das nächste Projekt hinten am Ölstrand. Die Turbo-Fuel-Geschichte. Es sei denn, mich überfällt zwischendrin noch was anderes. So, jetzt wird es gleich. Hup. Ah, das meint ganz besser. Das mit dem Wasser, das scheint wirklich so zu passen. Jetzt müsste es nur noch schön werden. Mh. Wie war ich das schön. Mh. So, durch geht nicht. Oder über so ein Vorderband drüber hinweg. Weil er wahrscheinlich zu wenig Platz hat in der Höhe. Und hier hätte ich ja auch keinen Platz. Jetzt muss ich mir eine schöne Dresse legen. Wo das Rohr sichtbar ist. Ich könnte aber auch das Rohr hier unten drunter legen. Hier in die, in dem unteren Teil. Das Rohr hier unten lang. Da hier unten rein. Und das mit dem anderen Rohr genauso. Du, 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 das sollte gehen. Na, mach ich mal durch. Das wäre fast zu schön gewesen, wenn ich das hier unten drunter noch kriegen würde. Aber wie soll ich das einstellen? So tief komme ich gar nicht. Dann. 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 Nee. Hier könnte es eventuell gehen, wenn ich noch ein Fundament rumbekomme. Wo ist letztes Mittig? Hmm. 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 hmm ahhh, shit Das war's für heute. schau da, zu kurz dann müssen wir es halt außen langlegen der Willi war da muss ich das halt nach drüben dann halt außen entlang ja dann könnte ich das hier unten drunter dann lang führen da unten rein ja so hier drüben genauso beim ersten hier unten entlang ja, ok war ein Applaus wert, ne wenn der hätte die Idee ja, ob das ein Fleischi liegt dass das Wetter in Berlin heute nicht so ist ach, Möpse sind wieder da grüß dich wie geht es denn den Möpsen so, dann müsste ich das hier rüber und drunter durch ja, das könnte ich ja damit das halbwegs aussieht ich müsste es noch eins tiefer machen, ne schau da, dass es keine keine Halterungen gibt, die man äh, unten ranhängen kann da müsste ich ja reinpassen ja was ich rein ja da ja ja da basteln, aber dann ist es trotzdem noch ein bisschen... Gucken wir mal... Hm... Nee, ne? Ach, grüß dich Kagashimo! Willkommen! Ja, das geht schon ein wenig besser, ne? Du kommst doch hier! Ähm... Ja, und dann irgendwie ein Rumpo, ne? Irgendwie ist gut! Ja, heute ohne Cam, weil die flimmert immer. Erstens hat sie es nicht gemacht, heute macht sie es. Gesundheit! Dann hätten wir das mit der Kamera machen können, dann hätte ich aber nicht streamen können. Wo komm ich da rein? Dann komm ich hier rein. Hm... So, das wäre das hier. Und das wäre dann... Ja... 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 Hä! Sie kann nicht ohne Farbe! Das halte ich von Gericht! Logistik! Wie viel hatte ich jetzt hier an Wasser? 360, ne? Ja... Also brauche ich einen MK2! Ist das hier der? Ja... Es geht weiter. Ja, ich bin noch nicht mehr da... Ja... Ich bin noch nicht mehr da... Ja... Ich bin noch nicht mehr da. Es ist das ein... Du kannst schwarz-weiße Farbe schicken. Gefällt mir das. Irgendwie weiß nicht. Das ist so. So eventuell. So eventuell. Das sieht ja noch bescheidener aus. Das gefällt mir ja auch nicht. Bei mir gab es heute Nudeln mit Nudel-Bolognese. Dann mache ich es wieder wie vorhin. Ich könnte aber... Das ist ja ungefähr eine halbe... Ja, nicht ganz. Eine halbe versetzt. Weg. Weg. Achso, das ging ja nicht. Ah... So hier. Aber das sieht wahrscheinlich nicht... Uh, Kartoffelbrei mit Champions und Zwiebeln. Auch sehr lecker. Fein. Na, der Kakao-Schüme weiß, wie man lebt. Hm, der blöde Knick da. Könnte eventuell... Da ziehe ich weiter her. Kartoffelpüree mit Jägersauce und Bratwurst. Auch sehr lecker. Kartoffelpüree mit Roster und Sauerkraut. Auch sehr lecker. Kampfgewicht. Ja, ne? Ah, da kann ich... Ja, das gefällt mir besser. So machen wir das. Was? Upp. Da gehen wir... Das ist ja weg. Das weg. Und holen dann hier rüber. Das müssen wir noch reklöchen, weil das sieht bescheiden aus. Das ist genauso. Den lösche ich später mal weg. Und den auch. Dann muss ich ja von innen mal noch einschließen. Bei dir kam Reis mit Kewapchichi und Tzatziki. Uh, das ist auch fein, Bailey. Auch fein. Tada! So, das war jetzt die Wasser-Geschichte von der Batterie-Produktion. Äh, jetzt müsste ich die Wasser-Geschichte irgendwie hier rüber rüber rüber. Hier unten drunter. Links, rechts, oben, unten. Wie war ich da zwischen Platz? Drei oder vier? Eigentlich eins drum drunter. Eine fette Angelegenheit drum drunter. Ja. So. So. Weg. Denner. Und das. Unten drunter. Genau. Jetzt werde ich auch nur... Ja, das wird klar. Ja. Jetzt wird klar. nicht ganz bravo ne das mist das ist nicht gut das ist nicht gut nicht gut nein 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 ich müsste hier tiefer damit ich das genau so dorthin bekomme und das wäre theoretisch die Hege gut dann machen wir das so das jetzt wieder so schön hinbekommen wie gerade eben so das saß doch hier ne ja das ist nicht genau grüße nicht genau grüße nicht genau grüße könnte vielleicht hier sein das ist schon zwei wahrscheinlich das ist schon ja ich glaube ich würde das nicht da 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 probieren probieren und dann war das hier ne da da genau da da ja wie weit ist das jetzt ne das sitzt hier das sitzt da dann ist das eine ganze ein ganzes fundament zwei und eins weiter noch aber das sehe ich ne 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 bye bye Wurzel viel Spaß beim streamen Norben daher ebenfalls bidi Norben daher ja so was hat man oh zwei höher ne zwei ganze von da das geht ja gar nicht anfer winkel hm da muss man auf gut glick da machen wir einfach mal auf gut glick gut glick haben wir hier aber ich kann mir gut vorstellen dass gut glick nicht gut aussieht doch 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 gut glick sei gar nicht so schlecht so jetzt würden wir mal schön anbieten so jetzt würden wir mal schön anbieten ja ja läuft noch einmal frei munter hübsch sandhalter um he hübsch hm hmmm doof wird wahrscheinlich auch nicht viel besser werden ach ist das er eigentlich aber 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 ähm das sitzt hier eins, zwei das ist doch theoretisch eins zwei eins 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 Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. Und dann könnte ich eventuell sogar bis dahinter trocken. Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. So. Auch schön. Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. 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 So. Irgendwie so denke ich mal. Du musst deine Kuhdekoffer ausbauen. 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 Und dann waren es 2 theoretisch. Und 1 mehr. 2 und 1 mehr. 2 und 1 mehr. Ja. Neck damit. Da. Da. Ha. Da. Ja. 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 Da. Hmmmm Ich durfte nicht richtig gewöhnen, das war klar. Hmmmm Ich würde gar nicht stören, noch besser Dann hätten wir es ja schon Oh, danke für deinen Boost Karasumo, vielen, vielen Dank Auch Rob, danke für deinen Boost Und Bailey und Talbo Ingmar ebenso Vielen, vielen Dank So, jetzt haben wir das und das und das Jetzt müssen wir das nur noch zusammenknödeln Und dann würde ich das zuerst hier machen Weg 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 So, das muss weg, das und das. Dann setzen wir das durch. Ne, jetzt mal weiter durch. Einmal da rein. Das setzen wir höher. Und sie kommen noch ein bisschen rüber. Ja. Das meckern wir jetzt hier rum. Wo wird sie scharf? Ah, das ist das. Ja, 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 ja. Oh, das ist das. Oh, das ist ja ein bisschen mehr. Oh, das ist ja ein bisschen mehr. Oh, okay. Uh, das zieht sich okay. Jetzt. Soll ich jetzt überprünzen? den weg ich bin genau so rum ich glaube das wird hässlich ne geht den muss ich garantiert einsetzen ich bin auch rum so ich melde mich ab ins bett bringen und dann auf die kärz spiel danke dir ebenso schön dass du reingeschaut hast wünsche dir noch einen schönen Abend und naja mal sehen wer eher schläft du oder die Kinder ich tipp mal auf du so von da würde ich warte mal das hier doch geht ich tippe ich tippe ich tippe ich tippe ich tippe so so und den so und jetzt soll es gehen so und die pumpe würde ich aber hier hier drinsetzen statt draußen wenn sie hier reingeht passt so aber den strom da drüben ein äck 1 1 1 2 1 2 1 2 Hier wollen wir raus. Okay. Da kann ich das hier zumachen, das zumachen, hier können wir auch, schliessen wir hinten das zuerst ein. Ne, da noch. Alter. So, jetzt muss das Röhrchen so drüben dran vorbei. Kriege ich das irgendwie schön hin? Moment. Äh. Und theoretisch. Und die Sahel. Oh. So, ja. So. 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 Ja, das war's. So. Und da. Und da. Uh, Smitty! Nee, da nicht. Nee, da auch nicht. Eins, zwei, hier sind wir. Äh, nee, Quatsch, noch weiter. Eins, zwei, eins, eins, zwei. So, weiter. So. Oder? Oder? Ja, wirklich Quatsch. Wirklich Quatsch. Ja, wirklich Quatsch. Mit der Cam, die hat ein bisschen rumgesponnen. Ähm, die flackert. Und, und, und Fleisch und ich hatten nicht genügend Zeit, das Forum Stream noch schön zu machen. Und deshalb... Irgendwas... Moment, ich hab doch hier... Ich muss hier runter. Oh, nee, nee, nee. Okay. Dann nochmal. So, das war hier. Das war... Da. Meck. 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 Da. Hier hin. Da hin. Da hin. Da hin. Da rein. Dann haben wir das nämlich nicht mehr. Pumps. Es pumpt. Die Tür. Okay. Dann machen wir das hier zu. Einmal hier rein. Und einmal... Wie fehlt's denn da noch? Ja. Färben. So. Das habe ich gewusst. In celle des Zins. анni cents. Ich frage es deshalb. Fein. So, war's weg. Was ist denn hier alles? Das soll er doch gar nicht mitbringen. Gesundheit. Tja, wie bringe ich dem das jetzt bei, dass er das nicht mitbringen soll? Ja, ich habe dort bei einem Schmelzpunkt läuft der Überlauf von Schwefel in die Lande. Und theoretisch sollte es ja von dort eigentlich irgendwann mal zu der Verarbeitung von verdichteter Kohle. Heißt, dass lange ich das nicht habe, müsste ich hier einen Schredder... Taube Ingwer, viel Spaß noch. Danke, dass du da warst. Einen Schredder hinspeisen. Weiß, sonst fliegt er ja nicht mehr hin und her. Ach, das ist ja doof. Na gut, ähm, hmm, 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 hmm. Special. Awesome Schredder. Andersrum. Zwei würde ich drücken, so. Was haben wir da eigentlich? 164. Was ist das nicht so schön? Ja. Ich würde das nicht so schön machen. Ich würde das nicht so schön machen. Und ich würde das nicht so schön machen. Gut, dann bauen wir erstmal das hier weiter ab. So, ich halte ja Öl sie so lange, ah, hier hatte ich noch eingegangen. Dann kommt das weg, das weg und das. Gut, nach oben haben wir auch nichts mehr, außer da oben. Das mache ich von oben dann mal weg. Zu und zu. Dann ist das auch hübsch, das kann auch wieder weg. Die Kohle muss ich noch lassen. Die Kohle mache ich ja dann eigentlich auch mit Drohnen. Das weg, weg, weg. Das weg. Was haben wir hier noch, da haben wir noch was. Das weg, 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 weg. Das weg, 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 weg. Das weg, 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 weg. Das kann ich auch lassen. Stört ja eigentlich nicht. Ah, hier müssen wir noch reparieren. Das ging nicht, genau wegen den Ohren. Ja. Ja. Dann nicht, dann so rum. Und die Seite ist im Osten noch. Ja. 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 Danke für dein Pustfleischi. Das war so klar. Also noch Geländer hier dran. Das war so klar. Oh, oh. Oh shit. Das kann ich sogar nicht anmachen. Scheiße, das Rohr wieder läschen. Dann machen wir das. Das kann ich nicht anmachen. 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 Das ist der Strom für die Kuhle. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich anmachen. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich nicht anmachen. So, geht doch. Das kann ich nicht anmachen. 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 So fein. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich nicht anmachen. Das kann ich anmachen. Ja. so das ist erstmal noch ein profesorium das müssen wir so lassen und als nächstes würde ich die sache mit der kohle dann machen heißt also ich brauche zwei landplätze und eine drohne die hin und her so brauchen dann muss ich erst mal wieder in die sind die heimat und die zeit ist auch wiederum nun gut dann räumen wir mal rüber in die heimat und fahren wir in die heimatheimaten darf man sich gerne im chat auslassen werden geredet werden darf soll also vorschläge in den chat für einred ich hätte bei mir und diamond central drin da spielt auch satisfaktorie und da habe ich auch schon lange nicht mehr hin geradet na dann machen wir das dann gehen wir zum diamond center gut dann bedanke ich mich bei allen recht recht herzlich fürs zuschauen fürs zuhören mit der cam gut hat heute leider nicht geklappt okay dann hoffe ich dass es vielleicht morgen möglich ist je nachdem ob fleisch die zeit hat beziehungsweise wann ich nach hause komme ja müssen uns heute überraschen lassen ja und bis dahin wünsche ich euch mal noch einen schönen dienstag dann sehen wir uns morgen falls nichts dazwischen kann heute wollte ich eigentlich schon eher loslegen aber ich kam nicht eher nach hause dann bleibt gesund bis dahin und dann gehen wir zum diamond central rüber dann haben wir den ich weiß nicht jetzt da steht jetzt gar nicht drin hier steht er noch mal aktualisieren doch aber wieso steht er nicht äh da muss ich ihn reinschreiben sonst wird das nix diamond central da ist er ja dann beginnen wir den raid bis dahin macht's schön gut